Guten Morgen, wir kommen vom Ludwigsgymnasium. Wir haben uns im Religionsunterricht mit dem Thema fairer Handel beschäftigt. Einige der Schüler haben auch schon am Wettbewerb teilgenommen, sind faire Klasse geworden und wir werden heute dem Regionalverbandsdirektor Peter Gillow einige Fragen zum fairen Handel stellen. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr mich fragen wollt. Also uns interessiert auf jeden Fall, wie finden Sie Fairtrade? Finden Sie es wichtig? Ich finde das deshalb wichtig, weil jeder von uns mit einem Fairtrade-System, mit Fairtrade-Produkten auch seinen eigenen Beitrag, einen ganz konkreten Beitrag leisten kann, um die Handelsbeziehungen zwischen den Ländern des Südens und uns ein Stück weit zu verbessern. Wenn Sie selber einkaufen gehen, achten Sie sehr auf Fairtrade-Label? Ich achte darauf, so gut es geht. Aber es gibt natürlich bei Weitem nicht jede Ware, die ich einkaufe, mit Fairtrade-Labels. Bananen sind wahrscheinlich weit verbreitet. Kaffee, Tee ist weit verbreitet. Da achte ich auch sehr drauf. Obst, soweit es mir begegnet. Ich freue mich auch, dass es zunehmend mehr Blumen gibt. Auch in Supermärkten, da bringe ich schon mal einen Strauß Blumen mit, fair gehandelt. Aber der größte Teil der Waren, die es gibt, die gibt es zumindest im Supermarkt ja nicht. Wenn man Glück hat, hat man mal ein Regal mit Fairtrade-Produkten. Es gibt ja bei Weitem nicht alle Waren. Welche Produkte werden Ihrer Meinung nach noch immer unter zu schlechten Bedingungen hergestellt und bräuchten mehr Aufmerksamkeit? Also zuallererst möchte ich mal das Gewinnen von Rohstoffen ansprechen, was jeder von uns in der Tasche hat, so ein Handy. Das wird aus ganz vielen verschiedenen Komponenten hergestellt, die irgendwo in Afrika zum Beispiel von Kindern aus der Erde gerudelt werden, unter unmöglichen Zuständen. Das wird so gut wie gar nicht kontrolliert. Deshalb gibt es ja jetzt so ein Lieferkettengesetz, oder einen Gesetzentwurf, um diese Lieferkette nachzuverfolgen, sodass die Produzenten und Verkäufer der Ware auch eine Verantwortung dafür haben, wo die herkommt. Zucker ist ein großes Problem. Da werden riesige Mengen Zucker auf der Welt verbraucht. Und da gibt es minimale Mengen, die fairtrade gehandelt sind. Also wenn wir hier fair gehandelte Produkte kaufen, dann müssen wir uns leider auch immer beim Klaren sein, das ist gut, aber es ist ein kleines Stück nur des Weltmarktes. Und wie würden Sie den fairen Handel an unseren Schulen weiter fördern? Also wir machen ja jetzt schon viele Projekte, oder wir unterstützen viele Projekte an Schulen, über das Netzwerk Entwicklungspolitik Saarlatt oder über die Fairtrade-Initiative Saarbrücken. Ich weiß nicht, ob ihr mit denen auch zusammenarbeitet. Und wir setzen diese Initiativen instand dafür, dass die dann noch mehr Projekte mit Schülerinnen und Schülern machen können. Was wir auch schon viel stärker gemacht haben, immer mehr gemacht haben und jetzt durch Neuausschreibungen richtig gut beeinflussen können, die Shops, die ihr an den Schulen habt, die Kioske, die wollen wir mit den neuen Mietverträgen dazu verpflichten, dass sie in ihrem Warensortiment auch fair gehandelte Produkte haben. Dann haben wir noch begonnen, unsere Fußbälle im Sportunterricht auszutauschen. Ich zeige euch mal einen, das ist ein fair gehandelter Ball, der wird gehandelt von Bad Boys in Deutschland, produziert wird in Pakistan, das ist ein richtig guter Fußball, der wird auch von Fußballvereinen, vom FC Nürnberg beispielsweise als Trainingsfußball benutzt, das ist ein richtig stabiles Teil. Und wir haben das schon mal ausprobiert an den Schulen, ja, die Digger sind gut. Und wir möchten jetzt nach und nach alle Schulbälle austauschen. Also der Ball ist fair gehandelt, aber was ich selbst nicht so genau weiß, und das ist jetzt meine Frage an die Produzenten, was genau wird mit der Prämie, die ja auf diesem Ball liegt, mit der Fairtrade-Prämie, mit dem Geld, was zusätzlich eingespielt wird über den Ball, was wird damit genau gemacht in Pakistan? Grundsätzlich teilt sich die Prämie, die man für einen Ball auf, in eine 15-prozentige Prämie. Davon gehen 5% einmal an die Herstellerfabrik, die per Compliance-Fee diese 5% einsetzt, um die Arbeitsbedingungen vor Ort zu verbessern. Und 10% der Prämien, die gezahlt werden, gehen direkt an die Arbeiterschaft, die dann, und ArbeiterInnen schafft, die dann entscheidet, was mit diesem Geld gemacht werden soll. In der Regel werden soziale Projekte unterstützt vor Ort, das heißt Projekte im Bereich Bildung oder auch im Bereich soziale Infrastruktur. Es kann aber auch direkt auf die Lohnzahlung umgelegt werden. Das ist interessant. Dankeschön für das Hintergrund. Super. Vielen Dank.